Und dann verkaufen. Ja, können wir machen. Und die scheiß Leiter. Hier nicht. Werd mal. Ja. Habt ihr wirklich nicht gesehen? Die scheiß Pflanzen ist so ein Weg. Wieso kann ich... ...nichts kaufen? Und wieso bin ich Handelsbund Level 0, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6, Level 7... Level 8? Ich sehe mir das auch so eine Weile lang so an. Boah, ja. Alter, was passiert hier gerade mit meinem Handelsbund Level? Aber es gefällt mir. Oh Gott. Wo müssen wir hin? Äh, Old Faithful Isle im Norden, hinter den Außenposten. Fahr schon mal, ich muss mal kurz was überprüfen. Oh Gott. Ey, was habe ich hier für verficktes Drecks-Internet? ... ... Vielen Dank.